Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park, der ist von Lickröte oder Tizi. Er hat das Ganze nochmal erneut eingesendet, hat nur dazu geschrieben, bitte. Aber da das eine neue Einsendung ist, lese ich einfach mal den Text von der alten Einsendung vor, weil ich denke mal, da wird sich nichts geändert haben. Er hat dazu geschrieben, ich habe ein kleines Quiz eingebaut, in Klammern in den Aussichtsplattformen. Die Zuschauer sollen dann bitte die Fragen beantworten. Also, erstens bla bla bla, zweitens bla 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 und so weiter. Okay, verstehe. Also wir müssen auf jeden Fall in die Aussichtsplattformen schauen, weil da sind wohl kleine Zuschauerfragen eingebaut. Finde ich eine sehr coole Idee. Ja, ich hoffe, ich vergesse das nicht, aber eigentlich sollte ich mir das merken können. Mal schauen. Ja, ich werde die Fragen dann auch nicht selber beantworten, das dürft ihr dann machen. Ich bin sehr gespannt, was das für Fragen sein werden. Und ja, ich würde sagen, gar nicht lang schnacken. Wir starten in den Park von Tizi. Und da sind wir in dem Park von guten Tizi. Das Ganze heißt Das Dandeland, also der Speicherstand zumindest. Naja, ich will gar nicht hier so viel gucken, glaube ich. Leider auch auf Isla Nublar. Ich würde natürlich gerne mal Parks auf anderen Inseln sehen. Aber das sind wahrscheinlich alles Parks. Die habt ihr gebaut, als der Sandbox-Modus nur auf Isla Nublar verfügbar war. Ja, aber wir werden demnächst bestimmt auch mal Parks sehen auf anderen Inseln. Da freue ich mich schon drauf. Und das war ja wieder klar. Er nennt es natürlich Dandeland stinkt immer noch, weil ich es beim letzten Mal umbenannt habe, bei seinem letzten Park. Natürlich benennen wir es wieder um. Tizi stinkt immer noch. Äh, ja. Ich werde den Park aber trotzdem das Dandeland nennen. Beim letzten Mal habe ich es, glaube ich, schon Lekröte stinkt genannt oder so. Ah, nee, ich nenne es wieder Lekröte. Stimmt. Das ist gar nicht. Tizi stinkt immer noch, ne? Lekröte. Lekröte stinkt immer noch. So, jetzt ist es perfekt. Und dann fangen wir an. Gehen in einen Park. Ich freue mich schon. Schon wieder ein bisschen her. Ich bin leider ein bisschen erkältet, das hört ihr sicherlich. Aber, ja, ist nicht weiter schlimm. Landis, Merch Shop. Okay. Was gibt es denn da zu kaufen? Ich habe gar keinen Merch. Ein Dinoboot, okay. Ja, ich wurde schon öfter gefragt wegen Merch, aber ich glaube, das wird sich echt nicht lohnen, Leute. Müsst ihr verstehen. Sehr cool hier. Also das gefällt mir sehr gut hier mit der Rundung, mit dem Wegübergang. War das Zufall? Wie sieht das voll cool aus hier, oder? Naja, egal. Ich finde es schade, dass man hier diese Wegfarbe nicht ändern kann bei diesen Geschäften. Das wäre echt cool. So, hier hast du ein schönes Restaurant. Schlezius Pizza Bude. Cool. So eine All-You-Can-Eat-Pizza Bude. So kenne ich das immer aus Parks. Oh, nur Drehls Weinbar. Ach, wie schön. Du hast ganz viele Leute hier, war ewig. Das gefällt mir. Und man kommt in einen Park und direkt zu einer Beobachtungsstation. Das finde ich super. Ich bin ein Shanti. Ja, direkt da durchgeklickt. Wow. Ich glaube, Shantis gibt es hier leider nicht, weil... Wird weh. Oh, da war schon die erste Zuschauerfrage, glaube ich. Aber da stand vier vor, glaube ich. Egal. Wir schauen erst mal in das Gehege. Was haben wir denn hier? Kasmus. Iguanodons. Die wohl Shantis sein sollen. Nee, keine Ahnung. Ja, sehr schöne Dinos. Oh, was ist das da hinten? Gute Frage, ne? Polakantus? Bei denen tue ich mich ja immer schwer, ne? Das Polakantus. Nein, Sauropelta. Ich habe überlegt, welche das sind. Ach, Nodosaurus sind die ohne Stachel, ne? Stimmt. Ja, okay. Sauropelta sind das. Da habe ich mich natürlich wieder versehen. Vierte Frage. Wo lebt Dandi? Okay. Fangen wir mal mit der vierten Frage an. Ist ja nicht weiter schlimm. Wo lebt Dandi? Das ist die vierte Frage. In die Kommentare, bitte. Also aus welcher Stadt ich komme, meint er damit wahrscheinlich. Ja, ich würde sagen, wir biegen links ab. Links biegen wir ab. Und kommen dann hier nochmal an dem Gehege vorbei. Haben nochmal einen schönen Blick hier auf die schönen Pflanzenfresser. Das ist übrigens eine sehr schöne Pflanzenfresser-Auswahl, wie ich finde. Für ein erstes Gehege. Tolle Dinosaurier. So, biegen wir hier nochmal links ab. Und da kommen wir zur nächsten Beobachtungsgalerie. Machen wir mal erst die Frage. Was spielte... Zweite Frage. Was spielte Dandi am Anfang? Wahrscheinlich das erste Video... Ne, ist jetzt eine schwere Frage, ne? Ich habe schon einige Videos auch privat gestellt. Vielleicht weiß es ja jemand, mit was ich angefangen habe auf YouTube. Würde mich mal interessieren. Weiß wahrscheinlich so gut wie keiner. Mal gucken. So, was haben wir hier? Trudons, aber jede Menge. Ich habe ja im letzten Mal gesagt, dass ich weniger mehr finde. Aber bei denen finde ich das tatsächlich ziemlich cool. Weil die so klein sind. Das ist halt so eine richtige Armee, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? So eine richtige Gruppe. Eine richtige Killergruppe. Sieht mega cool aus. Fiese Viecher sind das auch. Trudons. Hätte ich ihnen echt richtig Angst vor. So. Dann haben wir direkt gegenüber die nächste Galerie. Mit der nächsten Frage. Dritte Frage. Wo ist denn die erste gewesen? Wer sind die drei ONA auf dem Discord? Also wer hat den Rang ONA auf unserem Discord? Sind die Gründer sozusagen und Besitzer? Schreibt es mal rein in die Kommentare, falls ihr es wisst. Finde ich sehr cool, dass du so Fragen gestellt hast. Was ist denn hier? Ah, da hinten. Ah, natürlich wieder der Dino, den ich nicht aussprechen kann. K-Karodontosaurus. Cha-Cha-Rodontosaurus. Ich weiß es immer noch nicht. Ich werde es auch nicht mehr lernen, Leute. Ihr habt mich verwirrt. Das habe ich schon zum hundertsten Mal gesagt. Da schnuppern sie. Leider sind sie sehr weit weg. Ich höre den nicht mal schreien. Der hat eigentlich voll den coolen Schrei. Weiter. Ich schrei noch mal. Komm, schon tust du es für uns. Na, schade. Ah, die haben sogar alle Namen, die Dinos. Oh, oh. Sollte ich vielleicht nochmal zurückgehen? Blauschatten. Richtig, ne? Ja, Blauschatten. Cha-Cha. Ne. Doch, Cha-Cha-Klau. Ne, Katscha-Klaus. So. Und hier hatten wir ganz viele Troodons. Da müssen wir jetzt mal schauen. Das ist schwierig. Oh Gott, ist das ein Rätsel? Okay. Challenge accepted. Okay, warte. Wir machen jetzt Trick 17. M. Map. H. Mapi. M. L. Lo. K. J. E. Okay, das ergibt keinen Sinn. Da. Mit D fängt es vielleicht an? Nee. D f. G. C. M. Oh mein Gott, Leute. Das ist ein richtiges Worträtsel. Ich weiß nicht, ob ich schon durch bin. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich skippe einfach weiter durch. Merkt euch die Dinger und versucht, dieses Rätsel zu lösen. Was diese Buchstaben hier... Ah, wir können beim Alpha anfangen. Okay, das macht Sinn, Leute. Dann sehen wir, wann wir durch sind. So, jetzt schreibt mit in den Kommentaren die Buchstaben. Und dann versucht, das Wort zu lösen. D. F. G. C. M. A. B. H. I. N. L. O. K. J. E. D. F. G. C. Hä? Hat das Alpha-Tier gerade gewechselt? Das war doch erst ein D, oder? What is going on? Ich glaube, das Alpha-Tier hat gerade mittendrin gewechselt. Okay, whatever, Leute. Ich bin verwirrt. Das Rätsel kriege ich nicht hin. Vielleicht kriegt ihr es ja in den Kommentaren. Okay, das war jetzt komplett verwirrend. So, wir gehen auch nochmal nach hier. Ich bin ein Shanti. Auf Umbarung von unten. Fast Herrera-Saurus. Sauerkraut. Panzer. In loving memory of Niki. Himmelszelt. Und Chris. Okay. Schöne Namen. Wir gehen weiter im Park. Ich finde es cool, dass du so Quizzes eingebaut hast. Ich bin ja sowieso voller Rätsel-Fan. Nur das Buchstaben-Quiz war gerade ein bisschen zu verwirren für mich. So müsste ich mir alles in Ruhe aufschreiben. Das würde Zeit dauern. Das überlasse ich euch. Elicopter Homer. Okay. Ah, du hast auch den orangenen Skin. Ehrenmann. Hast du das Spiel vorbestellt in der Deluxe Edition. So bekommt man den übrigens. Wurde ich schon oft gefragt, wie man die orangenen Skins freischaltet. Und zwar für Vorbesteller der Deluxe Edition, glaube ich. Oder allgemein Vorbesteller. Ich weiß es nicht. So, fünfte Frage. Habt ihr die erste immer noch nicht gesehen, oder? Keine Ahnung. Wow. Das ist ja wieder klar in Tizis Park. Wie viele T-Park hat er gebaut? Theme Parks meint es wahrscheinlich, ne? Okay, ja, ich verstehe. Also wie viele Parks habe ich gebaut mit einem Motto? Also so richtige Motto-Projekte in Jurassic World Evolution. Mal sehen, ob ihr das wisst. Was haben wir denn hier? Versteckt sich. Sieht aber sehr bewässert aus, das Gehege. Das heißt, ich vermute ein Sucho oder ein Spino oder sowas. Oder vielleicht ein Baryonyx. Liegt da hinten was links? Oder ist das ein Felsen? Das ist ein Felsen, ne? Wo ist denn der Dino? Hallo? Hallo? Versteckt er sich? Dino? Hallo? Hä? Da! Oh mein Gott. Ich habe richtig geraten. Der Spinner. Ein Spinosaurus. Mit einem schönen Skin. Den Skin mag ich auch sehr gerne. Dschungelmuster ist das. Ah ne, ich wollte nur ausblenden. Ein Schlückchen Cappuccino auf diesen tollen Spino. Der sich schön vor uns versteckt hat. Vielleicht ist ja auch noch ein zweiter drin. Wer weiß. Ne, leider nicht. Aber du hast die Dinger so richtig cool verbunden, die Gehege. Nice aus so einer Form. Gefällt mir. So, weiter geht's. Hier ist sogar nochmal so ein schön See eingebaut mit ein bisschen Deko. Ist natürlich schade, ne? Das ist bei Jurassic World Evolution die Deko so begrenzt ist. Aber sowas einzubauen in seinem Park ist immer sehr schön. Ich finde auch solche Weggabelungen sehr cool, wie du es hier gemacht hast. Hat eine coole Form. Wir gehen weiter. Dramatische Musik durch den Spino. So, hier haben wir das erste Hotel. Schlechter Ausblick 2.0. Das ist doch vielversprechend. Und ja, der Name ist Programm. Wir sehen Baumkronen. Sehr gut. Gefällt mir. Und hier haben wir wieder einen schönen Deko-See. Ist halt echt das Einzige, was man so richtig machen kann, ne? Ein See. Leider, leider. Und ein Hugelweg. Hier ist aber nicht gut übergeglättet, Minion. So, next. Sechster Punkt. Wie alt ist Dandy? Ich hatte am 28. August Geburtstag. Das müsst ihr einberechnen. Das ist noch nicht so lange her. Und hier haben wir Giganotosaurus. Zwei Stück. Zwei sehr passende Skins, wie ich finde. Also die passen sehr gut zusammen. Aber ich finde, dass die Stacheln hier bei dem oben. Jetzt sieht man es ganz schlecht, weil er in Schatten geht. Aber die Stacheln hier oben haben ungefähr die Farbe von dem hier. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Jetzt geht er nochmal ins Licht. Jetzt seht ihr das. Jetzt seht ihr, was ich meine. Also dieses Rötliche kommt schon hin, ne? Finde ich ziemlich nice. Oh, der ist am Verhungern. Are you kidding me? Jeffrey ist das. Hat ja kein Futter hier reingemacht. Alter Tizi. Du bist ein Dino-Quäler. Muss ich erstmal deine Dinos hier retten. Jeff Hartnuss. Vielleicht können wir die jetzt mal beim Fressen beobachten. Die sollten jetzt eigentlich... Lebenfutterbeute. Die haben schon alles aufgefressen. Na komm schon. Wir retten deine Dinos. Kein Problem. Ja, Lebenfutterbeute ist natürlich nicht so ideal für solche Fleischfresser, für solche großen. Die sind halt eher dafür da, um den Jagdinstinkt ein bisschen einzuschränken. Aber hier läuft sogar noch was rum an Siegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du die Dinosaurier-Kampfhäufigkeit ausgestellt hast. Und dadurch die Dinos nicht mehr essen. Genau. Ich glaube, das war mal ein Bug. Ich weiß nicht, ob das schon gefixt wurde. Aber das war mal eine ganze Zeit lang so, dass wenn die Kampfhäufigkeit aus ist, dass die Dinos nicht mehr fressen. Aber jetzt fressen sie wieder. Also denen geht es wieder gut. Wir fliegen weiter. Zum nächsten Gehege. Dort haben wir einen Beobachtungsturm zum ersten Mal. Und da ist auch eine Frage dran. Sehr gut. Okay. Was war sein erster Teampark? Auch eine sehr gute Frage. Ich weiß es. Vielleicht wisst ihr es auch in die Kommentare. Am besten mal die Fragen nochmal davor schreiben, damit man weiß, was Sache ist. Und hier haben wir zwei Agro-Kantos. Cool. Ja, Agro-Kanto kann man mit den Skins eigentlich nicht viel falsch machen, ne? Ich werde eigentlich nur ziemlich cool ausgehen. Es war ja klar, dass ich wieder so ein kleiner Fettsack-Dino bin. Naja, mit so einem Hängebauch. Daniel. Erstmal durch den Zaun glitschen. In Freiheit mit dem Kopf. Das war ja wieder klar, Tizi. Tizi. So, und Miri. Wow. Okay. Wenn sie das sieht, dann wird sie dich hassen, Tizi. Nein, Quatsch. Hier sind wir beide glücklich und zufrieden. Die Bäuche gut gefüllt. So läuft das. So. Der achte Punkt. Oder die achte Frage. Wie lange macht er YouTube? Auch eine sehr gute Frage. Weiß ich selber nicht mal. Vielleicht wisst ihr es. So, was haben wir denn hier? Hallo, Saurus. Vier Stück. Oh, das finde ich schon ein bisschen krass viel. Weil die haben ja auch, zumindest in der Dokumentation, Legende von Big L, haben die ja auch in der Herde gejagt. Da haben wir einmal Onodriel, Alf, Admiral Ackbar und Magnus. Das ist ja cool. Allo, Saurus, auch einer meiner Lieblingsfleischfresser. Mag ich sehr gerne. Und in Jurassic World Evolution braucht man gar nicht von sprechen. Da sehen eigentlich alle Dinos ziemlich cool aus. Das muss man im Spiel wirklich lassen. So, neunte Frage. Wer ist der beste Mod? Okay, das ist jetzt eine Frage, da kann jeder unterschiedlich beantworten, natürlich. So, haben wir T-Rex. Also das ist mega, den Fleischfresserpark. Da sind richtig viele coole Fleischfresser. Na, ihr beiden? Ja, der T-Rex zum Beispiel, der hat richtig langweilige Skins, ne? Muss man einfach sagen. Wenn man das so mit dem Arco vergleicht oder mit dem Spino oder sowas. Und krass. Der Dandy-Mann. Ah, da bin ich nochmal. Okay. Jetzt bin ich ein Dino mit so kurzem Arm. Auch nicht schlecht. Die Dandy-Frau. Sehr gut. Also Miu-Ti und ich nochmal vertreten hier im Park. Also es ist echt viele Fleischfresser, ne? Es geht hier auch noch ordentlich weiter. Aber es kommen noch viele Fragen, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Das ist mir, glaube ich, schon viel zu lange Zeit, ne? Okay, komm. Wir fliegen mal ein bisschen hier. Wurtig. So, Frage 10. Ich weiß, die Reihenfolge ist komplett durcheinander. Tut mir leid. Ich weiß halt nicht, wie der Park aufgebaut ist. Was sollt ihr jetzt machen? Das ist eine gute Frage. Ich habe sie, glaube ich, beantwortet gerade. So, das meintest du? Meintest du das, Tizi? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Ein Cerato. Cool. Nicht nur ein. Drei Ceratos. Trick. Er hat sich gesagt Tick, Trick und Truck. Wahrscheinlich, ne? Tick, Trick und... Ja. Tick, Trick und Truck. Die Duke-Tales. Die Duke-Tales. Da sind sie. So, nächster Turm hier. Oder nächste Galerie. Mein V-Filter-Park ist das? Den ich bewerte oder den du eingeschickt hast? Ja, wahrscheinlich den ich bewerte, ne? Ich weiß es, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Vielleicht wissen es auch die Zuschauer. Ja, hier sind Deinonychus drin. Deinonychus ist auch ein Dinosaurier mit wunderschönen Skins, wie ihr seht. Hier alle Skins mega cool. Das ist, glaube ich, der Standard-Skin da hinten. Dann der Typ Jüse hier. Und hier, das ist mein Lieblings-Skin. Der mit dem knalligen Rot und diesem, ja, Anthrazit-Farbenen. Den finde ich sehr, sehr cool. Der Hundefreund. Oh, er hat mein Lieblings-Skin gekriegt. Der Hundefreund. Sieht mega nice aus, oder? Ich finde, das Rot hat einfach so eine coole Farbe. Sieht richtig bedrohlich aus. Das feiere ich. So, Indospino haben wir auch noch. Und Dennis. Hallo, Dennis. Das war's? Ja, das war's. Drei Stück. Auch sehr schön. Hier waren wir schon drin? Ja, hier waren wir schon drin. Wir gehen weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier die Zwischenwege abchecken sollte. Uff, wo sind wir denn jetzt langgegangen? Hier. Ja, wir checken, glaube ich, mal eben den Zwischenweg. Und gehen dann wieder zurück. Also, hier kann man nochmal durchfliegen. Da bin ich so langsam. Kamera. Naja, passt schon. Oh, guck mal. Was haben wir denn da? Irgendein Langhals. Man kann nur den Kopf nicht sehen. Das ist ein Dino ohne Kopf. Der ist abgeschnitten. Muffin. Ein Mammenschi. Okay. Cool. Vielleicht gibt's da ja mal eine schöne Fahrt. Ach, hier ist der Zaun schon zu Ende. Okay, never mind. Wir können jetzt hier die Querstraße nochmal nehmen, aber da gehen wir gleich zurück. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück und gehen unseren normalen Weg weiter. Nicht, dass wir uns verlaufen. Und hier links. Was haben wir da? Ah, fressen. Sehr gut. Zelda-Fanshop. Lui Zell's Burger House. Und das macht immer noch nicht knack. Ja, das war ein Highlight bei The Isle. Definitiv. Wird ich nie vergessen. So, und hier haben wir einen Sicherheitsbunker. Ja, der ist einfach Bunker 1. Okay. Wieder einen wunderschönen See. Also du magst Seen anscheinend. Da ist sehr viel Wasser eingebaut. Finde ich aber schön. Dein Park ist sehr schön gestaltet. Aber sehr flach, oder? Wobei, so ein paar Berge hast du schon eingebaut. Aber doch. So ein paar Hügel und Berge hast du schon eingebaut. So, wie gehen wir links oder rechts? Rechts. Hier einen großen Weg gehen wir. Hier haben wir nämlich die nächste Frage. Welchen Park von mir findet ihr am beschissensten? Ne, am besten meint er wahrscheinlich. Könnt ihr mal reinschreiben. Wenn ihr wisst, welche er gemacht hat. Sonst könnt ihr mal gucken. Auf meinem Kanal findet ihr die alle. Hier haben wir Suchos. Ja, Suchos ist auch ein Dino mit richtig coolen Skins. Das ist aber mega viele Fleischfresser. Finde ich cool. Jay und Sepp. Okay. Haben wir hier noch mehr? Ne, hier scheint nicht noch mehr zu sein. Dann gehen wir hier weiter. Was haben wir hier? Ach, wieder da durchgeklickt. 13. Frage. Wie viele Finger halte ich nach oben? Wow. Da sind hier die Fragen ausgegangen, glaube ich, ne? Oh, schaut mal. Metri... Ne, nicht Metrias. Wie heißen die denn nochmal? Mayungas. Ich habe schon den Namen vergessen. So lange habe ich die nicht gesehen. Mayungasaurus. Cool. Mapo mit 1.0. Okay. Haben wir hier? Kurzstachel. Ja, Mayunga. Weiß ich nicht. Der ist irgendwie komisch, finde ich. Den feiere ich nicht so. Der hat auch nicht so coole Skins. Also da finde ich den Metriacanto cooler. Die finde ich ja immer so ein bisschen vergleichbar. Von der Statue und Größe. So. Was haben wir denn hier? Was machen die Leute da? Ja, hier ist auf jeden Fall unser Entwicklungslabor. So wie es aussieht. Hier ist auch kein Dino drin, ne? Ne. Hier hat der Dino's freigelassen. Finde ich aber cool, dass du hier... Hochsicherheit gemacht hast und dann so einen kleinen Blickbereich. Finde ich nice. Schmusi-Ecke. Ah ja. Auch hier sehr sauber mit den Wegen gearbeitet. Finde ich super. Die hier eigentlich die Tore benannt? Ne. Ich glaube, wir sind fast durch, ne? Aber ich bin total den schlechten Weg geflogen, leider. Das macht doch nicht knack. Ja, ich bin halt komplett falsch rumgegangen. Miris Zockerecke. Zelda Fanshop. Und dann dies. Überteuerter Dino Shop. Okay. Das finde ich gut. Immer schön das Geld euch aus der Tasche ziehen. So, hier ist ein schönes Innovationszentrum. Auch nicht schlecht, ne? Hier in der Ecke. Finde ich sehr nice. Hier mit dem Gewässer so ein bisschen. Schön ordentlich mit den Zäunen drumherum gearbeitet. Schön mit den Wegen drumherum gearbeitet. Sehr, sehr gut. Tizis Schildkrötenpanzer. Ja, stimmt. So ein bisschen sieht das sogar aus wie eine Schildkröte. Wenn man ein bisschen Fantasie hat. Gehen wir zurück. Ah, da war ich schon. Wie viele Finger halte ich oben? Was haben wir denn jetzt noch nicht gesehen? Hier war noch gar keine Tour, ne? Ah, da. Die haben wir uns bis zum Ende aufgehoben. Ach, wie schön. Okay, da freue ich mich. Orange. Team Orange. Team JWE. Team Retro. Aha, okay. Hier waren wir schon, ne? Hier geht es zurück zum Eingang. Also, ich glaube, wir hätten als erstes rechts abbiegen müssen. Wobei ich die erste Frage... Hier ist die erste Frage. Oh mein Gott. Ich mache sie als letztes. Sehr gut, Leute. Ich habe euch jetzt voll durcheinandergebracht mit den Nummern wahrscheinlich. So. Wann starben die Dinos aus? Ja, weiß ich selber nicht. Sonst wie viele 100 Millionen Jahre oder so. Okay, als letztes haben wir jetzt eine schöne Giros Fernfahrt. Da freue ich mich schon drauf. Ach, nein. Ich will selber fahren. Ah, wo bin ich? Da. Komm schon. Oh Gott, wir werden direkt... ...geblockt. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Du Schlingel, du. Blockierst dir den Eingang. Er schiebt die einfach wieder rein in das Haus. Türsteher. Tour offline. Manuelle Girosphärensteuerung wird aktiviert. Der will nicht mal zu uns schauen. Da jetzt. Ist das ein Kentro? Könnte sein. Oh mein Gott, der schiebt die da richtig weg. Oh, die arme Kugel. Okay, gut. Fahren wir weiter. Ja, haben wir schon den nächsten Pflanzenfresser. Wie schön. Da steht hier sogar so richtig, als wenn er sich präsentieren will, ne? Ist das nicht nice? Da sind nur Zeratops. Wunderschöner Dino. Die Namen gehen wir gleich auf jeden Fall auch noch durch von den Dinos. Keine Sorge. So. Ah, hier sind die Mamentis. Okay. Dann hatten wir doch vorhin schon einen Blick in dieses Gehege. Das ist ja auch, ob ich das letzte Gehege, was wir begutachten müssen. So, was haben wir hier? Ein Triceratops. Ach, wie schön. Mein Lieblingsdino. Guck mal, das hättest du noch fragen können, was mein Lieblingsdino ist. Wer ist er? Ist der nicht wunderschön? Äh, ja. Wäre cool, wenn die Triceratops noch coolere Skins hätten in dem Spiel. Sind halt leider auch nicht so farbenfroh. Wäre mega nice, wenn es dann mal so einen bunteren geben würde. So. Ach, wie schön das hier aussieht. Da müssen wir mal eben einen Blick riskieren. Und ganz viele Pflanzenfresser. Was haben wir denn da noch? Kamara, glaube ich, ne? Kamara, Mamenschi. Ich glaube, Kentro könnte auch was anderes sein. Bei denen tue ich mich auch immer super schwer. Triceratops. Na, wunderschön. Dann fahren wir weiter. Kurzen Schluck Cappuccino. Vorher kalt wird. Ist zum Glück noch warm. So. Weiter geht die Tour. Jetzt verstecken sich die Dinos aber. Das ist gemein. Egal, düsen wir durch. Und zack, vorbei. Die sagten wir jetzt nicht, dass die Tour schon wieder nach Home Sweet Home geht. Das wäre ja langweilig. Was? So kurz? Oh, nö. Schade. Ich liebe Jurassic Tour. Also Giros Ferntouren oder die Jurassic Tour. Und jetzt ist die schon vorbei. Ach, wie frech. Ja gut, macht ja nix. Giros Station. Jetzt gucken wir nochmal die Namen hier. Thomas. Aber es ist schön, wie die Dinosaurier hier direkt an der Strecke sind, ne? Thomas haben wir hier. Sebi. Susi. Muffin. Muffin, ne? Der hat aber auch einen langen Hals, ne? Holy shit. Schöne ich das mal an. Das ist echt insane, ne? Richtig krass. Oh, guck mal, hier sind sie alle. Oh, hier sind sogar, äh, Grichtonsaurus. Oh, den sehe ich auch super selten. Na, der glübsche Augen. Upschi. Aber auch ein süßer Dino, ne? Grichtonsaurus. Mach ich auch so gut wie nie in meinen Parks. Was heißt der denn? Erbse. Koffer. Wie heißt du? Thorsten. Abonniert der Dandy-Mann und legt Kröte. Wow. Sebi. Heute Abend Scribble.io. Bin dabei. Äh, ich hab heute Abend wahrscheinlich keine Zeit. Ne, ich muss, äh, lange arbeiten leider. Burger. Tom. Moritz. Carmen. Möchte ich wen übersehen. Aber Scribble.io können wir allgemein gerne mal wieder spielen. Sina und Susi. Hier hinten, die verstecken sich auch die Dudes, ne? Immer so richtig, äh, Party hier hinten. Gaffa. The Legend. Raffi. Und Furi als allerletzten. Ich glaube, wir haben alle Gehege durch. Hm. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Fragen auch durch. Ich glaube aber schon. Ich weiß, die Reihenfolge von den Fragen war jetzt ein bisschen doof. Aber, ja, ich weiß halt nicht, wie ich durch seinen Park gehen muss. Man kann ja leider auch keine Schilder oder sowas platzieren. Als, äh, kleinen Hinweis, wo ich lang gehen muss. Äh, ja, ich hab mich jetzt halt für links entschieden. Ich hätte wahrscheinlich... Wohl, eigentlich hätte die erste Frage hier sein müssen, ne? Habe ich die hier überhaupt gemacht? Wartet mal. Bin ich aber verwirrt. Doch, hab ich gemacht. Okay. Never mind. Ne. Ach, hier kommt man rein. Okay. Wir hätten als erstes... Ja, Frage 4 kommt logischerweise als erstes. Dann hier Frage 1. Hier, 2, 3. Gut, du hast die Reihenfolge auch komisch gemacht, ne? Ich hätte das hier 1 sein müssen. Das 2, das 3. Das stimmt. Und dann... Ja, gut. Dann hätte man hier lang gehen müssen. Das wäre dann 4 gewesen. 5. Ah, hier ist 13. Hä? Okay, ich hätte das gar nicht richtig machen können, sich gerade. Hm. Egal. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Ich fand ihn sehr cool, hat richtig Spaß gemacht. Beantwortet gerne unten in den Kommentaren die Fragen. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch selber ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.